Hallihallo und ein gesundes, schönes, farbenfrohes Jahr 2020 an euch da draußen. News, News, News im neuen Jahr bei Burnout Coaching Berlin. Erstens, Burnout Coaching Berlin gibt es jetzt endlich auch auf Spotify. Wenn du also Spotify-Begeisterter bist, kannst du den Podcast jetzt direkt in deinem Spotify-Account abonnieren und ihn in Zukunft dort hören. Den Link dazu findest du wie immer in der Beschreibung zu dieser Mini-Episode, da wo du den Podcast hörst. Zweitens, die zweite Neuigkeit für 2020 ist, dass die Winterpause zwischen den Staffeln diesmal sehr viel kürzer ausgefallen ist. Staffel 5 von Burnout von der Leichtigkeit des Seins startet schon in zwei Wochen am 16. Januar 2020. Drittens, natürlich gibt es auch diesmal die Kühlschrankliste zur vergangenen Staffel, Staffel 4. Wie immer wird sie euch mit dem Newsletter ins Haus flattern. Wenn du also schon eingetragen bist für den Newsletter, dann kannst du dich jetzt zurücklehnen und einfach in zwei Wochen, wenn die erste Folge der fünften Staffel rauskommt, in deinem Posteingang gucken und sie dir ausdrucken. Falls du dich bisher noch nicht für den Newsletter angemeldet hast, kannst du das jetzt noch nachholen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Mini-Episode, wo du den Podcast hörst. Und die vierte und letzte Neuigkeit bei Burnout Coaching Berlin betrifft vor allem euch, liebe Berliner. Aufgrund der hohen Nachfrage habe ich mich entschieden, zumindest ein kleines bisschen wieder persönliche Coachings anzubieten. Wenn du Berliner bist und dich für ein Coaching bei mir interessierst, findest du den Link ebenfalls im Beschreibungstext zu dieser Episode, beziehungsweise kannst du dich gerne auf meiner Webseite umschauen unter dem Reiter Shopping, unter dem Reiter Burnout Coaching mit Susi in Berlin findest du alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr, ich freue mich sehr auf den Beginn der fünften Staffel in zwei Wochen, ich umarme euch ganz fest und herzlich und wünsche euch einen guten Start, wann immer für euch der Job und die Verpflichtung wieder beginnen. Eure Susi